Hallo und willkommen zu TTT mit Reaper3Figer, CyberBotLP, der Echse, Nabokka24, Mr. Wanwa, DarkPascal, die alle, die alle, und Johanny. Ja, guten Tag. Das war aber mehr Denglisch als Englisch. Ja, wir wollten, der wollte da anscheinend Denglisch machen. Ja, genau. So, jetzt wollte ich mal gucken, hier, T, ich drück T, und das passiert gar nix. Ein Golden Eagle. Ja, klar. Moment, 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 wo ist die? Da ist sie. Golden Eagle. Die kriegt natürlich... Weiß doch wen, oder? Was? Du weißt doch wen, oder? Was? Was hast du mit dem Kopf gekriegt? Sehr gut. Ich bin hier. Macht das auf mich, die Goldene. Snails, Flatter, der wahren Knavos, Flatter! Ja. Na, wo ist Träter? Okay, ich bin Prümen. Wieso hast du sie jetzt umgebracht? Weil sie auf mich geschossen hat! Siehst doch, T, da steht doch T. Also, falls ihr das mitbekommen habt, ich bin Prümen wegen Echse. Rippa, du machst dich jetzt gerade sehr verdächtig. Ja, Exe hat die Goldene auf mich gemacht. Aber du hast gesagt, sie wäre immer Zeit gewesen, das ist schon sehr verdächtig. Hä? Was sagst du zu deiner Aussage? Ich... Ich knall gleich selber auf. Okay, da knall ich jetzt ab. Ich dachte, natürlich... Stirb! Au! Da kam er noch um die Ecke. Nice! Sorry! Ich hätte die Goldene Dige erwischt nicht auf einmal schießen sollen. Sorry, aber... Ja, du hättest dir vielleicht ein paar mehr Zeugen machen sollen. Ich dachte, du bist tot und mit Mabe nicht einfach umgefallen. Ich hätte sonst wahrscheinlich aufs Dane geschossen. Das ist wohl sehr schockiert. Weil deine denkliche Ansage mich nicht zufriedengestellt hat. Waa? Der hat dich nicht befriedigt, die Ansage? Was? Du hast es nicht... Was? Was? Wieso sollt' ich dich befriedigen, oder? Alter, bist du zufriedengexen? Hä? Was sagst du denn für ein kranker Typ? Komische Dinge geschehen hier. Ja, das ist ja eigentlich auch alles. Oh, ich bin Dated! Ach du Scheiße! Alle weg! Alle weg! Ich hör dich noch mal, Alter! Warum? Ein verrückter Dates unterwegs und Johanni der Schock! Pascal! Okay, äh... Okay, Pascal! Echse töten! Hallo! Er ist tot, er ist tot! Warte, Pascal ist tot! Jeremy? Jeremy? Wer ist Jeremy? Jeremy, Pascal! So, hab ihn gekillt! Ich kordete! Achso, und... Wie liebt es der Name? Oh, hier liegt es doch eine Diege, das ist doch nice! Mr. Stay, kommen Sie ins Obergeschoss! Ja, warte, warte, ich komme! Komme! Ich bin gerade angerufen! Ich bin gerade angerufen! Wegen einen Modes! Das hier... Wuch! Ja, klar! Gerne, gerne! Ich gehe hier in... In die Bibliothek! CSI! CSI! CSI kommt! Nabo, Nabo kommt jetzt hier zum... Äh... Bitte alles hier abschreien! Hier gibt es nix zu schauen! Herr Exi, hier gibt es nix zu schauen! Bitte gehen Sie hier weg! Gehen Sie bitte hier weg! Hier gibt's nix zu sehen! Boah! Johanni! Wh... Ich bin so nix! Hier! Plasma! Höhöhöhöööööööööööööööööööööööööö protein und darum sind sie beim nix zu Tage überhaupt gemassel술 Ballstäb�� ice consciousness- Oh mein Gott. Habe ich mit der Balladenbombe da oben noch ein paar erledigt? Nein. Das ist ja chaotisch, aber gut. Ich denke, dass ich gerade rumlege, weil es für mich noch die restlichen Addons lädt für den Server. Die Pings sind noch extremst hoch. Oh ja, wow, hi. Was hat auf? Hexe. Hexe. Ach, wenn die Pings hoch sind, dann fragt doch mal jemanden, der mit nem 65 Kamo rumläuft. Mhm. Erinnern Sie die Waffe? Ah, ich hab eine Waffe. Ich sag da auch nichts, also. Also, noch geht es. Wir spielen ja hier keinen richtigen Ego-Shooter. Es geht echt doch. Wir spielen hier keinen richtigen Ego-Shooter. Ja, für mich sind richtige Ego-Shooter zu.de oder Battlefield. Oh, jetzt kommen wir. Es sind keine richtigen Ego-Shooter. Äh, nein. Äh, hallo. Und da. Und da. Wenn das hier halt ein Schrott-Spiel ist, dann, 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 dann. Dann muss ich sagen, dass Titanfall ein Schrott-Spiel ist. Ja, die Waffe nicht shoppt eindeutig. Ja, ich shoppe. Das ist eindeutig. Ich komm, das gehört nicht wieder ins Spiel rein. Ich bin rausgetappt. Stopping Queen ist das hier eindeutig. Er, Dieter. Er shoppt. Boah. Er shoppt. Er shoppt. Ja, dann muss ich meine Smoke machen. Hey, Dieter schiebt auf mich. Hab ich überhaupt nicht. Hegemonie, da geht es. Ey, ey, wie ist das denn? Er hat mir 50 damage gemacht. Wer denn? Er hat meinen Heftball regiert. Ähm. Aua. Alter, wieso schießt du auf mich, ey? Der hat mir 50 damage gemacht. Ja, warte mal. Ach, das ist doch total bescheuert, was ich hier gemacht hab. Weil er jemanden abgeknallt hat, oder nicht? Weepa ist schon tot? Ja, der hat Namo krank, du Baby. Oh. Der hat, der hat in die Menge gesch... Ich beliebt sie gleich wieder, warten Sie kurz. Der hat gerade voll in die Menge geschossen und hat dann es weggelaufen. Deswegen dachte ich... Warte. Ist der denn schon hier, ähm... Keine Punkte mehr, hatte der eine Traderwaffe. Der ist innocent, Alter. Boah, ich leckere. Weepa ist total innocent, ja. Warte mal, Trader? Na, Trader? Hatte der eine Traderwaffe, Navo? Nein. Für mich, für Navo, für dich. Navo. Nein, nein, er hat mit einer Winchester geschossen. Weepa hat aber bestimmt eingekauft. Aber was hat er denn? Hat er sich bestimmt einen, äh, Radar geholt? Und noch irgendwas. Ja. Lecker. Aber was hat er sich dann sonst geholt? Vielleicht... Kauft er sich Amor? Bananenbombe... Ne, die würde man fallen lassen. Die war gerade unten, ist unten gelegen. Das ist ja vom Dach runtergefallen. Ach so. Ach so. Ich hab die jetzt eingesammelt, ich hab die jetzt eingesammelt. Äh, dann, äh, schmeißt du mir gleich ein, also drop sie mir. Nicht so, dass der explodiert. Dann ergibt das Sinn. Warum darf ich sie nicht beinten? Weil du sie nicht beinten darfst. Weil du sie nicht beinten darfst. Ey, weil du sonst Traitor bist. Ich bin Traitor. Ach ja. Wir wissen, dass Johanni Traitor ist. Nein. Nein, ich brauche. Ich bin gerade rausgenommen. Ich traite Bernardo. Denkst du, ich hätte dich direkt auf dich geschossen? Pascal? Mensch, jetzt dropp sie mir, dropp sie mir. Wo bist du? Wo auch immer bist du? Das einzige was er droppt, ist der Beat. Ey, was er droppt, ist der Beat, Alter. Wo ist er auf uns jetzt? Hier droppt er auf uns jetzt. Was ist denn hier los? Irgendwer schießt. Wer schießt? Was ist denn hier los? Johanni! Check gar nicht wer schießt. Ich habe keine Ahnung wer schießt. Ich glaube Johanni. Ich glaube Johanni. Das ist natürlich... Johanni war's. Nein. Das ist ne Lüge. Oh. Oh, er ist schön tot. Warte, ich hab den, ich hab den Bernardo mit und schön zerstört. Na, oh mein Schatz. Ich habe in die Menge geschossen. Ist richtig. Aber ich habe niemanden getroffen und es ist niemand umgefallen. Und dementsprechend war dieser Kill sowas von extrem random. Tut mir leid, aber für mich sah es echt so aus. Es ist keiner da unten umgefallen. Ja, aber es ist keiner unten im Arsch, Alter. Mein Charakter ist kaputt. Du denkst deinen Kollegen verteidigen. Ja, mein Charakter ist kaputt. Der war doch schon lange wieder weg dahin. Mein Charakter ist kaputt. Ah, Snape, warum schießst du denn auf mich? Du hast auf mich geschossen. Nein. Das war einfach so, alle schießen los. Das war eine Belohnung dafür, dass du ihn beim Shoppen erwischt hast. Also mein Charakter ist kaputt. Ist irgendein eigenes LKW? Die kannst du aus deinem Körper holen und dann kannst du sie öffnen. LKW öffnen. Das ist eine Frage nur. Ich stehe wahrscheinlich wieder rum, oder? Bei mir geht es gerade überhaupt nicht. Hallo, Mr. Wanwa. Hallo. Wo sind sie denn? Ganz, ganz in Ruhe. Ja, hier steht gerade einer. Ja, hier. Johnny steht hier oben. Johnny? 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 Ach, Entter ist der wohl locker. Warum stehst du? Johnny steht hier oben. Wooooooon! Na, wo mich abbrüchen. Äh, abknallen. Abbrüchen. 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 Steinbruch. Komm. Du schießt in den Kopf, ich in den Bein. Ach, okay. Da ist einer gestorben draußen. Ach, lass ihn sterben. Lass ihn einfach sterben. Doch egal. Oh, was haben wir hier? Na, wo kann Snail? Ach, guck mal. Oh, und da steht noch Mietbar. Was? Da teht du jetzt fast tot noch. Wir an dir vorbei. Der Traitor ist tot. Ja, aus dem Fenster raus. Dann nicht. Der ist auch Traitor. Der ist auch Traitor. Der Honey ist Traitor. Der Honey ist Traitor? Ja. Der steht hier oben. Warum ist Johnny? Warum? Hat er überhaupt ne Waffe in der Hand? Äh, irgendwas hat er in der Hand. Alter, ich bin runtergeschubst von dem... Von Snail. Ja, Mann! Ich bin runtergeschubst von Snail. Ja, Mann! Schubst, 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 schubst. Ich bin grad rausgekommen aus dem Spiel irgendwie. Bitte was, wer ist gekommen? Nein. Er ist das Spiel rausgekommen oder gesagt. Johanni ist gerade rausgetappt irgendwie aus dem Spiel. Und jetzt... Wann ist denn hier in der Küche los? Ähm, das sieht nach... Neuer Koch-Wettbewerb? Ähm, das sieht nach... Das sieht nach vermasselter Spaghetti aus. TAUB! Ja, der wirft ne Taube rein, Alter! Oh, 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 oh. Oh, schade. Ich dachte, da stehen alle. Ne, war auf dem Dach. Schade. Na gut, dann war doch klug. Die stehen auf dem Dach. Schade. Wer wirft eigene Taube rein? Was? Oh, nice. Ich wollt grad noch sagen, da hab ich doch grad ne Tau... Wunderbar ist schon tot. Ja, das, das war mein schöner Hotkey mit 7 und allen linke Maustaste. Ich hab ne Plasma in der Hand und ich werde sie benutzen. Ich war AFK, sorry. Ja, ich hab die weggeschoben, Mann. Leute, wir sind mitten in der Aufnahme. Jetzt wird man auf AFK zu sein. Momentan haben nur zwei Leute die Ausnahme. Ich hab gedacht, zwei... Ich hab... Alter! Ey, wir sind die alle festgemacht. Magneto Stick, Magneto Stick, Linksklink. Magneto Stick raus. Ja, warte, ich hol... Ich hol mein Rohr. Ich hab erwartet, dass die Runde noch ein bisschen länger geht. Deswegen bin ich AFK gegangen. Alter! Okay! Baby von oben, Baby von oben! Baby von oben! Ich bin unten, ich von oben! Navorka hat's auch nicht gemacht, Navorka hat's auch nicht gemacht. Da war einer hinter mir. Oh, hier liegt eine Waffe. Ja, ich kann's bestätigen, Navorka. Ähm... Hä, ich bin... Ich bin Half-Life. Half-Life 2 oder 1? Ich hab sieben Leben verloren. Ich glaub, die Stung hat das nicht mehr im Data Shop gekriegt. Wollte ich euch nicht sagen. Was macht noch mal die Stung hat? Hä? Ist doch nicht da. Ich wollt die grad kaufen. Ist nicht da. Alles fett, Herr Pascal? Aber wer war eben bei Trader-Kollege? Wer war eben bei Trader-Kollege? Na, wer war eben bei Trader-Kollege? Äh... Ich war grade eben dein Trader-Kollege, ja. Achso, ja gut. Ich wollte dich sogar noch wiederbeleben, aber... Ich war eh Abkhard. Achso! Achso! Ich hab gehofft, dass ich diese Runde nicht wiederbelebt werde. Oh, das stimmt. Dafür war die Runde aber sogar noch ganz gut. Hä? Ja, wie gesagt, ich hab's verkackt, den Dennis zu töten. Der hat mich mit, was weiß ich für der Waffe, zwei Headshots gegeben. Ich glaub, ich war jetzt denn tot. Wenn ich... Wenn ich schiebe zweimal mit der Zorn auf volle Karte rein, passiert nix. Hä? Wer ist denn hier jetzt gestorben? Ist denn überhaupt schon jemand tot? Ja, ich hab'n Schrei gehört. Drei? Ja. Drei nach Liebe. Hallo, Mr. Wanwa. Hallo, Herr Echse. Bin ich jetzt den nicht? Der Täter war doch grad hier oben. Ah, es brennt. Aua. In der Küche raucht es gleich. Ja, ich denk mal, das ist Brandstiftung wegen... Ah, Feuer! Äh, hier, Dings da. Jetzt in der Küche raucht's. Kann das ja bei jemandem geben. Hey, Pater, du sollst doch nicht in der Küche rauchen. Hat da jemand wieder eine Pizza an der Pfanne gebacken? Hi. Oh. Ja? Da in der Küche, wo es raucht. Da ist ein Hai. Ein Hai. Boah, jetzt ein Haifischfilet. Oh, Alter. Da geht's wieder los. Du solltest echt was essen vor den Aufnahmen. Ja, ich glaub auch. Ja, Hai. Hallo, Mr. Snail. Hallo, Mr. Snail. Snail. Wo ist er drin, ne? Wo ist er drin? Snail ist am Funtzocken! Ah, er macht mit der Schocken! Hey! Auch! Snail? Was? Nein, das spit es gar nicht. Ist das ein Bug? Das ist ein Bug. Im Leben sogar noch. Das ist ein Bug. Hat Snail denn geschossen? Ist Snail tot? Ja, warte! Weg da! Falls er explodiert. Oh, ja, warte! Der explodiert dich! 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 Lebt der DT denn noch? Ne, der ist tot. Der antwortet nicht. Das war wahrscheinlich der, der ganz am Anfang gestorben ist, ne? Ich wäre irgendwie rausgeflogen aus Gary's Mut. Ja, bei mir auch. Okay, Reaper ist tot. Wie, jetzt ist er rausgeflogen? Jo. Oh, jetzt kommt hier, äh, Flo ja noch drauf. Oh, wir waren doch gar nicht alle. Da kam mir so viel vor schon. Hä? Ich bin proven. Ja. Ja, ich auch. Hä, wieso bist du proven? Hä, weil ich von der Dings verletzt wurde. Von der Traitorfalle. Ich mein, klar, ich hätte auch Traitor sein können, aber ich hab nur noch ein Leben. Ich glaub nicht, dass das ist... Höpst du das Ding hier mal? No. Wow. Oh! Ah, ich hab meine Waffe weg! Nein, nein, ich werde sterben. Ah! Alter! Wer, wer hat denn die Taube in die Fresse gebrochen? Huch! Ich fand, man aus dem Fenster fliegt. Scheiße. Äh, wer hat... Äh, wer hat... Äh, was ist das fürregelte Taube gebrochen? Was macht das? Und der... Ich hab keine Ahnung. Was war für dich gegen den AFK? Ich hab gegen den AFK... Ach, gegen den? Nein. Naja, eigentlich hab ich ja gegen Navo verloren. Ähm... Nö, du hast gegen deinen eigenen Ohn dich verloren. Wer hat denn Tete getötet? Wer... Wer hat das gemacht? Ja, okay. Vor allem hier ist der Tete gestorben. Äh, keine Ahnung. Ja, ja. Cyber ist als allererstes gestorben. Ja, an was? Irgendwie merkwürdig. Ich... Bist du irgendwie in die Falle reingelaufen? Nee, ich bin auf dem Dach geschaut und hab mich irgendwas weggeballert. Ich hab das meine Zaube. Äh, nee. Das kann eine Falle sein. Da oben gibt's ne Falle. Ah, ich hab ne Falle oben aktiviert. Was jedenfalls witzig ist, ist in der Sache, ich hab extra 11-Ball gebrochen. Ich hab die Map im Workshop raus. Ja, ich hab keine Ahnung. Das hat alles gepasst. Aber... Einfach den Namen der Map im Workshop eingeben. Oh, der ist im Staub. Wann waren... Wann waren Snails sind umgedingst worden von der Falle hier oben. Dann confirm sie. Ja, die sind... Die sind runterge... Irrsterben Menschen! Wo ist hängst du denn hingefallen? Ja, ganz weit. Da ist der Dete, der steht AFK rum. Reaper steht auch... Ja, was ist denn mit dem? Warum ist der nicht auf der Snails? Da sind zwei Tote, aber man kommt da nicht ran. Confirm doch mal. Äh, ich geh nicht. Ich geh nicht raus, das ist ne Levelgrenze. Ein bisschen ungewissig. Ja, dozent. Ach, da komm... Ja, gut. Der Dete ist jetzt AFK, das ist ein bisschen blöd. Der Dete ist noch nicht mal auf dem TS. Ja, könnte er sich ein Beinokular holen. Aber ich denk, euch waren meine Elo. Ist hier einer weg. Ist noch einer weg. Was passieren hier für komische Dinge? Ich glaub, das war Pascal. Ja. Wie gesagt, die Map einfach im Workshop downloaden und das dürfte alles passen. Vielleicht ist... Vielleicht ist der PC bei ihm abgeraucht jetzt. Irgendwas raucht da allen gerade ab, hab ich das Gefühl. Irgendwie schon. Ohhhh! Jemand hat mich runtergeschubst und ich hab irgendwie in 100 Leben. Jemand hat mich auch runtergeschubst. Ich wollte nur am Balkon lang... Ich wollte auch runtergeschubst am Dach. Ich trau dir das irgendwie zu, Exe. Ich hab 23 Schaden bekommen dadurch grad. Oh, arme Kuppe. Also ich weiß leider nicht wer mich geschubst hat, aber ich hab Zeit... Cybermonte ist der Einzeste der hier nach oben noch war. Aber er war... War ich grad hochgekommen? Ich hab... Ich hab ihn gesehen, als ich geschubst wurde. Deswegen... Er kann das nicht gewesen sein. Also wenn... Ich hab ihn dann hochgeklettert gerade im Falle. Heißt, es muss einer gewesen sein, der uns beide geschubst hat. Ich glaube ehrlich gesagt, dass Exe es war, der mich geschubst hat, weil... Ich hab 23 Schaden dadurch bekommen. Ihr könnt euch eigentlich duellieren. Ich hab Cyber gesehen, als ich geschubst wurde. Sagen wir uns das so. Wer sagt denn, dass derjenige, der uns geschubst hat, überhaupt Traitor war? Der hätt's auch Justathon machen können. Ehhh... Ja, ja... Aber dann hätt das ja zugegeben, glaub ich. Wie viel Schaden hast du eigentlich? Guck mal, du hast doch noch volles Leben. Ja, ich hab volles Leben, aber ich bin trotzdem geschubst worden. Ich hab aber gesehen, dass ein Auro geflogen ist vom Dach. Warte, warte. Wenn man aber vom Dach hier runterfällt, kriegst du noch mal Schaden. Wie hast du es ohne Schaden überlebt? Ich bin in den Zaun reingefallen. Ich glaub echt, dass Exe es ist. So, hast du hier... Oh nein, Superdisco, ich... Lebe noch. Okay, ich überlebe heute alles. Ich war so wichtig. Cyberrot ist Traitor. Okay, gut. Und Slay, was hast du... Probier, wie er sich schon nicht mehr dagegen wehrt. Ja, aber... Ich bin doch in Tarn, was soll ich denn tun? Ja, vielleicht sagen wir euch, war es nicht. Du warst Frey. Er ist hier oben im Zimmer mit dem Bett. Das nennt sich Schlafzimmer. In! Ah, fuck! Ey, was ist das denn Dreck? Nein! Alter Scheiße! Was stellt ihr euch mir alle in den Weg? Ich will hier erstmal abdrücken. Es rennt mir Navu in den Schoß fangen. Renn mir Ex in den Schoß! Soll ich halt einfach nicht mehr als Falle ausrichten? Saba, hast du uns jetzt beide erschossen? Ne, ich bin schon... Ne, ich bin schon... Nau hab ich geschossen. ...durch salvage. Äh... Johanny, du versuchst noch auf den Server zu kommen, ne? Ja, bin die ganze Zeit dabei. Äh, hast du die Map jetzt noch gelohnt? Äh, ich bekomm's mit. Hast du die Map jetzt noch gelohnt? Ich brauch zuverlässige Leute hier und nicht einfach Leute, die einfach sich abbauen da. Mann, wer steckt denn mit der Decke fest, Alter? Ey, was ist denn das hier? Ich will durch! Du hast meine Waffe geklaut. Wer hat eigentlich meinen Tee-Kollegen? Wer hat eigentlich meinen Tee-Kollegen? Wer hat eigentlich meinen Tee-Kollegen? Ja, bis das weg geht. Nee, bitte. Hatte ich eigentlich einen Tee-Kollegen? Oder war das denn? Weißt du, dieses Haus, ne? Ist schon ziemlich hässlich auch. Vermutlich irgendeiner von denen, die da, äh, da raus sind. Äh, jemand hat die Falle aktiviert gerade kurz. Welche Falle? Da ist jemand gestorben draußen. Die Falle hier kann man auch so einfach draufhauen. Achso. Ach, na dann. Draußen ist jemand gestorben, glaube ich. Ja, dieses Haus, ne? Echt. Interessiert das niemanden? Also hier, Blutflecken, der Putzfeld von den Boden. Wer ist denn draußen gestorben? Wer denn? Was denn? Ne, ich hab nur so'n komisches, äh, gehört. Deswegen dachte ich. Hey, hier sind, hier sind Messerspuren. Also Messerspuren. Ich glaube, die sind hier immer. Die sind hier immer. Ja, ich glaube, die kommen von oben. Ne, ich glaube, die sind hier immer. Von oben? Wann war? Ja. Die sind... Hey, du hast... Hey, warte, warte, warte. Ich hab hier jetzt getötet, weil er meinte, die wären da immer. Hallo? Ja, Echse. Das hat er gesagt. Was kann ich denn nachführen? Wenn ich gleich tot bin, ist es extra. Die sind da immer, 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 immer. Die sind da nicht immer, weil ich hab Cyberbot auf'n Dach erstochen. Was ich so witzig finde. Also, ich seh hier immer flicken. Du hast gelogen, also hab ich dich erschossen. Also, du darfst mal nicht lügen. Diese Logik. Ja, unsere Logik ist ununtastbar. Das siehst du nur hier. Ja, Traitor-Logik ist ununtastbar, ne? Ne, und so. Hallo! Der Gang ist zu breit. Schmal für uns beide. Ja, und wenn du so, äh, breit bist... Hä? 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 Du hast ja gleich den Gang zu breit. Was? Hast du doch gesagt. Du bist vielleicht zu breit, aber ich finde, der Gang ist nicht zu breit, wenn wir zu... Hä? Wat? Oh, was war's? Was war's? Was war's? Laban. 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 Ähm, was, was shopst du hier? Ja. Läuft. Okay, Alter, ich hab exist... Alter, der ist da selbst reingelaufen. Alter, ich hab existier, du! Nein! Ab ihn. Ah, mein Gott. Oh mein Gott. Alter, man kann nicht springen auf dem letzten Stück, der Trapper. Ich springe, äh, lieber jetzt kannst du gerne mal wieder ein bisschen höher stellen, weil jetzt haben wir nur einen Traitor grad die ganze Zeit. Oh, Tatsache. Bei sechs Leuten. Und ich war zweimal vor der einzige Traitor. Das war wieder zwei. Hä? Hä? Ach, Mann, ne, warum musst du denn denn... Warum musst du denn in den Chat schreiben, wenn du... ...hier... ...setzt reingelaufen bist, oh Mann. Er ist selbst in die Falle reingelaufen und ich heute gepostet. Ach, ich will das nicht. Nur weil ich ihn einmal vorher berührt hab. Ich hab ihn einmal vorher berührt. Ja, das ganze Haus, ey. Hier finden wir noch, dass hier Fäkalien an den Wänden sind. Geil. Was ist hier denn der Wink? Der winkt, wenn er das macht. Der winkt, wenn er was macht? Äh, wenn... Guck mich mal an Snail und mach das nochmal mit, äh... ...du siehst mich oder wie auch immer. Weil dann winkst du. Wink! Komm, wink! Hey, wink! Der schockt auch. Ist das der Wink mit dem Soundfall? Der winkt! Der winkt, nein. Ich sehe doch keinen Winken. Ich sehe doch auch keinen Winken. Hä, bei mir winkt der? Hä, bei mir winkt der auch. Na, wo hat Hexe installiert? Ich hoffe doch ihm, glaube ich gar nicht. Der winkt aber auch. Und mir winkt da gar nichts. Trink mal Snail. Dafür, dafür kriegst du ne Belohnung und so. Ja, ich bin, ich bin schon Traitor und suspicious. Ja, läuft bei ihm. Ich geh mich doch mal selbst umbringen. Loll. Hat er sich selbst umgebracht? Hat er sich selbst umgebracht? Hat er sich selbst umgebracht? Gut. Das ist natürlich ne Möglichkeit. Werden wir denn? Jetzt. Ist es extra? Na wo, na wo, na wo, na wo ist es? Ah nein, aua, aua, aua! Warte, 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 ich confirm's. Ich warte. Reaper ist es auch, Reaper ist es auch. Alter! Ey, wie kann ich da nicht treffen? Negev. Negev. Das witzige ist, ich hab ein Messer auf Snail geworfen, während er rumstand. Und das Messer fliegt volle Karte in die Reise und es war sich gar nichts. Nicht so viel, wann war nicht so viel? Alles brennt, oh mein Gott. Ich wüsste nicht, dass das solche drastischen Folgen hat. Oh, Alter, guck mal. Wir machen's gemütlich hier. Ne, was ist mit dem Messer passiert? Was hast du damit gemacht? Seid ihr in Laster angefangen? Ja, beide. Warte, hab ich was romantisches? Ne, redet nicht mehr. Was ist mit dem Messer passiert? Äh, weggewunken. Weggewunken. Ja, ich werf ein Messer in ihn rein und es verschwindet. Ja, für die beiden. Ja, tschüss auch. Juhu. Boi. Äh, Johanny, hast du die Map jetzt down below? Nein. Er versucht die ganze Zeit drauf zu connecten, ich weiß auch nicht was los ist. Äh, warte, ich stell mir kurzer AFK rum und such dir die Map raus. Ne, passt schon. Ich hab's schon ja. Problem ist bloß. Bei mir lädzt noch ein Dings in G-Mod selber runter. Ich hab keine Ahnung, was das genau los ist. Ein G-Mod? Ein G-Mod, ja. G-Mod, ja. Wie groß ist die Map denn? Keine Ahnung. Was steht bei dir in G-Mod selbst? Ich schätz mal, ich schätz mal, da werden die ganzen Addons gerade runtergeladen. Genau, das ist es. Die kannst du ja sonst pausieren. Dann lass die eben kurz laden und dann bist du bei der nächsten Aufnahme dabei. Ja. Das ist ja kein Problem. Na, na wucca. Ja, hi. Na wucca, na wucca. Boah, mir fällt gerade noch so ein zweiter mega guter Wortwitz ein, gerade zu G-Mod. Wo? Einer ist tot. Ja, das war... Wo ist einer tot? Die Stimme aus dem Jenseits sagt, das war nicht cool. Da war gerade einer Luftreder, what the fuck, das haben wir hier... Wo? 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 Ich glaub du... Ich glaub du hast gerade voll weit weggefetzt. Nee, ich bring mal kurz den Wortwitz, also... Es gibt ne Sendung zu diesem Spiel... G-Mod Swoons... Oh, Alter. Der ist richtig schlecht. Der war... Genial, ne? Ich drähm mich dann mal im Grab um. Also das war... Unterster Kevin. Ja, Unterster Kevin, ne? Ja, Unterster Kevin. Ja, unter Kevin. Äh... Aua. ja den hab ich verdient ja wegen dem witz deswegen hab ich dir auch ein bisschen ja wer läuft denn da im wohnzimmer wissen ich im mondzimmer im mondzimmer da ist einer gestorben im wohnzimmer aua dieses fenster verstehe ich gerade nicht achso da liegt ne leiche im laster ne leiche im laster das ist ein snail ähm, ja da ich bin mir nicht sicher kann das denn, dass ich eben N�� zones gesehen hab Weil sie ist in dem Wohnzimmer gestorben ä Стere, echt nicht sicher das steht komisch ich bin zut wann war was? definitiv nicht den hab ich oben hört sie mir bitte zu ich war im wohnzimmer weil er wohnzimmer es Leftes gesagt hat es war entweder cyberbag chronisch woi wann habe ich oben aufm dach gesehn oh, WARIERH je wassi E musste ich wollte doch gar nicht schiesen du Alexandro Ok, jetzt war ich den erschossen, jetzt war der andere Jai, wenn man aufhersen schießt, was kann ich dafür? Ey Mel, warte mal, oh ich hab's überlebt Oh fuck, ich hab's überlebt Schade Alter, das war so ein Riesenglück, nur weil du dich so an eine blöde Position gesetzt hast Ja näher an dem Treppenende wäre besser gewesen, oder? Ja, weil ich hab's überlebt, weil ich um die Ecke gelaufen bin, deswegen hatte die Explosion mich nicht getroffen Ja, wo bist du? Wo ist er? Ich hab die ganzen Fallen ausprobiert Alter Äh, letzte Runde geschossen Oh Ex, hab ich auf dich geschossen? Ja Ich hab einen Waffenwechsel auf dich geschossen, du ballerst mich gleich die Tode Das war lauf Ja, aber du hast auf mich geschossen Ich wollte nicht auf dich schießen, ich hab den Waffen gewechselt und er hat noch einen Schuss abgedrückt Ja, du hast mir 50 Damage gemacht Da wirft wieder einer seine Münze 50 Damage Er würfelt, glaub ich, jedes Mal mit den Münzen, wo würfelt er aus? Komm ich auf den Server, komm ich nicht auf den Server? Hahaha Das ist ne Gebetsmünze, glaub ich Das ist ne Gebetsmünze, ne Gebetsmünze Er ist, genau, Johanny ist Two-Face, jetzt wird's mir einiges klar Ah, ja, Alter Ach, Schade, du bist nicht mein Target Nee, du auch nicht Sie haben eine Welt gewählt aus? Ex lihat schieß doch mir Wack! 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 gerne die dritte mit der mensch in wachsend ist gerade ich habe aber noch ein paar mal an der land war wenn man es aber war 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 wohnung was sei jemand hat getrunken ja ich hab doch das ist noch eine erste wahl bei allen bei der rechnung der stunden ist was ich nicht 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 nur das ist Schnell, du hast getrunken. Nein, Menschen. Spring von dem Dach runter. Steck mir. Dann bist du tot. Snell. Wenn du vom Dach runter springst und keinen Schaden bekommst, dann spring ich auch vom Dach. Verlocken zu Sch... Wir kommen jetzt aufs'n Dach. Okay, jemand ist gestorben. Treppe hoch. Ja, hier flog gerade einer rüber. Außenfenster. Wo ist einer weggeflogen? Ja, hier liegt er hinter dem Laster. Da ist Levelgrenze. Da kommst du nicht hin. Dann müsste das vielleicht ein Abo gewesen sein, aber die stand jetzt gerade hinter mir. Jo, und jetzt spring ich, Mr. Snail, Mr. Snail, spring sie runter. Der Snail. Keine Ahnung. Da. Und ich spring hinterher, wenn er Schaden spricht. Okay, warte. Ah, Snail, Snail, Snail. Nein, ich bin das nicht. Oh mein Gott, ich bin das. Meine Leiche ist aus dem Map rausgebrannt. Tirobot ist es nicht. Meine auch. Ihr seid welche. Puh. Vor allem, ich bin fortwörtlich unter der Karte vergraben. Ich auch. Unter der Karte ist der Tor. Nee, rechle nicht. Da wird das Leben grenzlos sein. Oder wie ging das? Keine Ahnung. Über den Wolken. Ja, nee. Yeah. Schade. 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 Schade, wenn du das Team live bist. Abwohlen, bitte. Miss das, der englische Absage. Johann Wiedersehen. Sehen Sie dich. Und siehe. Sieh Sie. Sieh sieh. Oh mein Gott. Tschüss! Tschüss! Lajela, nee. Dia wieder schade.